Die Warmfront von Tief Siro zieht ab der Nacht zum Mittwoch über Deutschland und sorgt dabei regional für gefrierenden Regen. Lokal kann es dabei auch für unwetterartige Entwicklungen reichen. Am späten Dienstagabend und in der ersten Nachthälfte der Nacht zum Mittwoch sind in den westlichen Mittelgebirgen bereits erste Regentropfen zu erwarten. Nennenswertes Glatteis gibt es allerdings erst ab der zweiten Nachthälfte. Besonders im Rota-Gebirge, in der Eifel, im Hunsrück und im Westerwald kann sich auf Straßen bereits eine Glatteisschicht bilden. Bis zum frühen Mittwochmorgen erreicht die Warmfront dann auch die mittleren Landesteile. Aufgrund der niedrigeren Bodentemperatur und der stärkeren Niederschläge sind dort ab etwa 400 Meter örtlich sogar Unwetter im Bereich des Möglichen. Einige Straßen und Gehwege können dort aufgrund dessen unpassierbar sein. Im Laufe des Mittwochnachmittags sind auch in den östlicheren Gebirgen örtlich Unwetter durch Glatteis zu erwarten. Ab einer Höhe von etwa 200 Metern muss immerhin mit markantem Glatteisregen gerechnet werden. Zum Abend hin gibt es besonders im Südosten des Landes gefrierenden Regen. Ansonsten steht eine Wetterberuhigung an.